Guten Morgen Marvin, alles klar bei dir? Ich habe den Zwischenfall zwischen dir und Nils mitbekommen. Nils ist echt gemein. Hey Jonas, ja bei mir ist alles super. Ja, das mit Nils, das ist echt blöd gelaufen. Aber der ist doch selber schuld. Ich finde das echt blöd, dass er sich immer für den Klügsten aus der Klasse hält und uns damit bloßstellt. Ja, das ist total arrogant von ihm. Und dann muss er immer noch so gleich provozieren. Guck mal da Marvin, wenn man vom Teufel spricht. Na, ihr sechsten Schreiber? Müsst ihr nicht zur Nachhilfe oder was steht hier blöd rum? Macht mal Platz hier, ich muss an euch losern vorbei. Nils, jetzt übertreibst du nicht oder willst du wieder heulend zu Mutti rennen? Aua, warum schubst du mich einfach weg? Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir aus dem Weg gehen. Wer nicht hören will, muss fühlen, du dumm Kopf. Selber schuld, wenn man dumm ist. Komm, wir müssen jetzt in die Klasse. Der Unterricht geht gleich los. Das kann doch nicht wahr sein. Der schubst Nils mich einfach weg. Ich kann mich ja nicht mal verteidigen, weil ich schon neulich beim Schuldirektor war und petzen will ich jetzt auch nicht. Oh Mann, wie gerne würde ich mich jetzt rächen. Wie kann man nur so dreist sein? Das war total unnötig von ihm. Rache also, Marvin. Hm. Marvin, komm mal mit auf Toilette. Ich habe da so eine Idee. Was ist denn deine Idee, Jonas? Spann mich jetzt nicht so lange auf die Folter. Guck mal, Marvin, was ich hier habe. Meine Mutter hat mir ihr Handy für heute gegeben, damit ich sie nach der Schule anrufen kann. Und jetzt, Jonas? Sollen wir jetzt deine Mutter anrufen und ihr sagen, dass Nils mich geschubst hat? Natürlich nicht, Marvin. Guck mal hier. Hier ist die Pizza-Service-Nummer im Telefonbuch eingespeichert, wo wir jedes Wochenende Pizza bestellen. Ach, weißt du was, Marvin? Pass einfach auf, was ich jetzt mache. Willkommen bei Pizza Blitz. Mein Name ist Mario. Einmal Ihre Bestellung, bitte. Guten Tag, mein Name ist Nils und ich würde gerne eine Pizza bei Ihnen bestellen. Ich hätte einmal gerne die 12a Pizza in aller Munde. Die Adresse lautet Schulstraße 1 in Playmobil City, Klasse 4a. Hallo Nils, ich wiederhole deine Bestellung. Du hast einmal die Pizza 7b Pizza in aller Kunde bestellt und das Ganze soll in die Schulstraße 1 in Playmobil City kommen, richtig? Nein, 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 nein. Ich hätte einmal gerne die Pizza 12a in aller Munde. Das habe ich doch gesagt. Pizza 12a in aller Munde. Ich bin gleich bei euch. Bis später. Das ist also dein Plan, Jonas. Eine Spitzenidee. Nils wird es dir später vor Angst in die Hosen machen. Komm, wir müssen jetzt auch los in die Klasse. Na, Marvin? Hast du dich von deinem Sturz erholt und dich bei Mami ausgeweint? Pass bloß auf, was du sagst, Nils. Das war total feige von dir. Aber wie sagt man so schön? Der Klügere gibt nach. Klasse Spruch, Marvin. Dem hast du es aber richtig gezeigt. Danke, Jonas. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Ich freue mich schon auf sein Gesicht, wenn die Pizza ankommt. So, liebe Schüler. Eure Hausaufgabe war es ja, einen Steckbrief über euch zu machen mit euren Lieblingssachen. Jonas, fängst du bitte an? Ähm, ja, kann ich machen, Herr Decker. Also, meine Lieblingsfarbe ist orange. Mein Lieblingstier ist mein Hund Jule. Und ich esse am liebsten Pommes. Das war sehr gut, Jonas. Mit wem machen wir denn weiter? Hm. Nils, machst du bitte weiter? Endlich bin ich dran. Also, Herr Decker, meine Lieblingsfarbe ist rot. Wussten Sie, dass rot für Aktivität, Dynamik oder sogar Gefahr stehen kann? Mein Lieblingstier ist der Delfin. Das sind die schlauesten Tiere der Welt. Die Delfine sind sogar so schlau wie ich. Mein Lieblingsessen ist die Pizza in deiner Munde. Ich liebe Pizza. Hallo, hier ist Mario von Pizza Blitz. Hier ist die bestellte Pizza in aller Munde. Entschuldigung, aber Sie wissen schon, dass Sie meinen Unterricht stören? Außerdem ist hier niemand so dumm und wird eine Pizza in den Unterricht bestellen. Ich habe hier eine Bestellung von Nils. Schulstraße 1 in Playmobil City, Klasse 4a. Und ich bin hier auch hier richtig, oder nicht? Also, ich bin der Nils. Aber ich habe keine Pizza bestellt. Äh, Nils, hast du nicht etwa gerade noch gesagt, dass die Pizza in aller Munde deine Lieblingspizza ist? Das kann doch kein Zufall sein. Jonas, unser Plan ist total eingeschlagen. Guck dir mal sein Gesicht an, wie kreidebleich er ist. Dadurch, dass wir gleich Mittagspause haben, werde ich ihn die Pizza abnehmen. Ich habe schon einiges von der Pizza gehört. Hier ist das Geld. Und du, Nils, wir sprechen uns nach dem Unterricht nochmal. Das kann ja nicht sein, dass du einfach eine Pizza bestellst und somit den Unterricht störst. Die Pizzerache hatte vollen Erfolg, Jonas. Danke dafür. Kein Problem, Marvin. Aber selber schuld, wenn man so frech gegenüber anderen ist. Hey Freunde, das war es leider auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns noch einen Daumen nach oben da. Genauso könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Abenteuer mehr mit uns verpasst. Um auf Nummer sicher zu gehen, klickt ihr am besten auf die Glocke. Des Weiteren findet ihr hier an der Seite weitere tolle Geschichten. Klickt einfach drauf. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss. Tschüss.